Die fünf Fragen an heute mit dem Trainer der Spielvereinigung Kräuterfürth, Mike Buskens. Herr Buskens, die allgemeine Lage wird außerhalb ein bisschen pessimistisch langsam gesehen. Wie sehen Sie denn die Lage? Realistisch. Wir wussten, dass es ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen wird, für uns als Spielvereinigung Bundesliga zu spielen. Und wir sehen sie realistisch optimistisch. Weil wir wissen auch, dass wir Luft nach oben haben, definitiv. Dass wir aus diesen Erfahrungen auch lernen werden. Und das müssen wir morgen, heute umsetzen gegen den HSV. Da muss es wieder rausgehen. Da müssen wir unsere eigenen Fehler minimieren. Und die Leidenschaft zeigen, die uns stark neultert. Morgen kommt der HSV, eine Mannschaft, die so in den letzten drei Spielen ein bisschen im Aufwind war, sieben Punkte aus dieser englischen Woche mitgenommen hat. Ist es auch ein bisschen so die Mannschaft der Stunde? Ja, die Mannschaft der Stunde, sie haben sich befreit aus einer doch für sie sehr, sehr misslichen Lage. Weil als Bundesliga-Dino hast du andere Ansprüche, als gegen den Abstieg zu spielen. Das ist ihnen gelungen über eine kleine wirtschaftliche Finanzspritze von weit über 20 Millionen. Und ja, da haben sie von ihren Möglichkeiten ihren Brauch gemacht. Von ihren externen Möglichkeiten. Dank dieser haben sie Raphael van der Vaart verpflichten können, der Spieler, der so beim Hamburger SV ein bisschen herausragt. Was sind so die Eigenschaften, die ihn ja auszeichnen auch? Ja, er ist ein Spieler, der sehr gut zwischen den Ketten spielt, der so als hängende Spitze, Ruten jetzt unterstützt, der sich auch immer wieder ins Mittelfeld oder auf die Seiten fallen lässt, der über sein Passspiel in der Lage ist, diesen finalen Ball zu spielen. Das hat er auch jetzt in der Zeit beim HSV schon mehrfach unter Beweis gestellt. Das macht ihn aus und es ist unsere Aufgabe, diesen Bewegungsradius einzugrenzen. Und anschließend daran die Frage, was muss ihre Mannschaft morgen zeigen, damit es ein erfolgreiches Spiel wird? Ja, es geht um Basics. Es geht darum, kompakt zu sein. Es geht darum, den anderen zu unterstützen. Es geht darum, auch nach verlorenen Zweikämpfen den Kopf oben zu behalten. Und sich dieser Situation zu stellen, die im Moment so aussieht, dass wir mit vier Punkten Vorletzter sind. Wir hätten uns den einen oder anderen Punkt mehr gewünscht. Und wir wussten aber auch um die Schwere des Anfangsprogramms. Und von daher geht es jetzt nur darum, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Keiner konnte davon ausgehen, dass sie einfach wird. Definitiv nicht. Und jetzt musst du Persönlichkeit zeigen, jetzt musst du Stärke zeigen, jetzt musst du da raus und dir das wieder erkämpfen. Diese Form der Leichtigkeit, diese Überzeugung, die musst du dir wieder erarbeiten auf der Wiese. Die kriegst du von keinem geschenkt. Da wird keiner kommen und dir den Weg weisen. Sondern du musst selbst wieder auf diesen Pfad finden. Am schließend vielleicht noch ein Wort zu den Fans. Weil wenn man sich so die Stimmung in den letzten Spielen hat anschauen oder angeschaut hat, dann hat man fast das Gefühl, wir würden um die Champions League mitspielen. Ja, da muss ich auch bei lächeln. Die ist wirklich sensationell. Das ist etwas, womit ich so nie gerechnet hätte. Wir haben lange darum gekämpft, das Herz der Leute zu gewinnen und das Herz der Fans zu erreichen. Das ist uns gelungen, durch unsere Art und Weise Fußball zu spielen in der zweiten Liga. Mit viel Leidenschaft und Begeisterung und einem großen Offensivdrang. Wir müssen jetzt wieder zu dieser Stabilität finden, auch zu der Einfachheit des Spiels, zu der Klarheit in diesem Spiel. Aber was die Fans hier abreißen, ist wirklich sensationell. Weil wir haben jetzt dreimal zu Hause verloren und die Leute sind positiv geblieben. Und dafür möchte ich mich bedanken, weil ich weiß, dass es eine Seltenheit heute im Fußball, in diesem schnelllebigen Geschäft, weil es ist teilweise ja auch nur noch ein Geschäft. Und von daher wirklich mein allergrößter Dank. Und ich wünsche mir einfach, dass wir diesen Leuten morgen was zurückgeben können. Dass wir diesen Leuten wieder dieses Gefühl geben können, wir sind wer. Und dafür müssen wir alles investieren, weil die haben es verdient, definitiv. Vielen Dank und viel Erfolg für morgen. Gernst du? Gernst du? Gernst du? Gernst du?